So, willkommen zurück zu Green Project. In der letzten Folge waren wir in dem Haus und da wir jetzt eine Stirnlampe haben, kann es dann noch so dunkel sein. Aber hier waren dann eh sogar Feuerstellen und so. Jede Menge Rezepte gefunden. Hm. Wir laufen erstmal vom Osten Richtung Süden. Nochmal, einmal um die Karte rum. Wieder eine Mauer. Ich bin mir unsicher, was ich suche. Na, erstmal laufen. Laufen ist gut. Laufen ist gesund. So, apropos gesund. Essen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Nochmal ein bisschen Pilzsuppe. Pilzsuppe. Lange Straße. Habe ich meine Spitzhacke mit? Nein. Okay, schade. Ich hätte sonst versucht, mich hier mal durchzuhacken. Auf das geht. Bäume. Alles tote Bäume wieder. Hm. Ich glaube, ich muss wirklich einen zweiten Komposter machen. Ich will so viele Bäume pflanzen. So, hier. Geht eine krasse Straße nach Süden. Die hier aufhört. Okay. Hier habe ich zumindest schon mal Bäume gefällt. Dann war ich hier schon mal. Ah, ich wollte ja jetzt eh in die Stadt. So, wo sind die Häuser, die so dunkel waren? Da ist ein Haus. Und das Haus hat keine Tür. Großes Haus. Doch, hier ist eine Tür. Komme ich jetzt an dem Baum nicht vorbei. Oh, hier war das Grab. Da hatte ich glaube, die Samen für die Flowerbäume bekommen. Wieso kann ich hier nichts anmachen? Doch in dem Haus war ich. Jawohl. Ich habe noch die Dinger nicht gesehen. Ich glaube, ich kann mir jetzt gleich einen Rucksack bauen. Oh, Wasserkanister. Richtig schön großer. Nächstes Rezept. Ich habe keine Dinger gefunden. Das super rau ist. Das Gran Bitcoin hat. Das ist ein Problem. Okay. Die Toilettentür ist kaputt. ist das eine falle gott da hat derjenige wohl den brief nicht gelesen nein schlafen noch nicht seltener samm okay vielleicht habe ich den samen schon mitgenommen warum naja egal 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 haus hier sternlampe wieder absetzen schön ich glaube hier ging es dann richtung campingplatz und friedhof dunkel lampe auf den kopf alles leere kisten die kann ich aufbrechen ok ok krieg ich bretter 40 planten stacken die immer noch wie hoch stacken holz bretter hopp hopp ok wissen 99 raus lampe lassen wir auf dem kopf hier ist die 2 wo ist der eingang da nichts was ist der kopf wie und baut Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Briefen anfangen soll. Jetzt ist es aber blöd. Moment. Wenn ich das konsumiere. Die Pilze habe ich doch hier schon. Ravioli. Ähm, nee, ich will mich nicht vergiften. Als letzter Ausweg, oder wie? So, müde werden wir außerdem noch. Nichts. Ähm. Brauchen wir nicht. Oh. Brauchen wir schon. Komm. Na, mal. Das weg. Ähm. Blätter weg. Machen wir mal so. Okay, Ravioli können wir uns noch gönnen. Ich glaube, das sieht echt gut aus für unseren Rucksack. Eine Schere. Was wollen wir da lassen? Das ist jetzt gemein. Kann ich mir das merken, dass ich in dem Haus, in der 2 noch was habe. Das ist jetzt mal so. So, Inventar. So, Inventar. Komm, wir sind fast zuhause. Lauf, 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 lauf. Schnell die Schere weg. Schnell die Schere weg. So, Inventar. Mütze ab. Passt. Uiuiuiui. Kompost. So. Uiuiuiui. Uiuiui. so so lassen wir erst mal liegen bisschen was kochen schlafen müssten wir auch neue rezepte schweinei pilz sieht ja mal krass aus ratten ok egal rucksack rucksack schauen 2 99 schnürer wollt ihr mich denn schnürer wie produziere ich die 10 baumwolle ok baumwolle kriegen wir zusammen ok ich bin wieder motiviert zack holz weg das dahin ähm seil stock stock flank ah wobei flanker das dahin stock da ähm gras wasser kanister den kann man auch mal voll machen bei gelegenheit hier wird noch gekocht voll hmm ähm baumwolle vielleicht pflanze ich doch mal baumwolle an da brauche ich samm moment äh baumwolle samm bin gott da müssen wir diesmal aufpassen und immer schön gießen warm auch zt ist mes Das Holz können wir hier mal wieder reinpacken. Pilze wieder hoch. Baumwolle hier zurück. Gießkanne ist da. Ähm, was ist los? Ach, wir sind müde. Tomate können wir ernten. Wir haben mittlerweile super viel zu essen. Wasser trinken. Wasser voll machen. Baumwollsamen. Jawohl, ja. Zehn Stück. Oh Gott, ist das klein. So, Gießkanne. So, würde mit unserer Überleben im Wald Taktik ein bisschen länger dauern. Deshalb pflanzen wir doch mal die Baumwolle an. So. Ach genau, schlafen wollten wir. Gut, dann ab. Eine Runde pennen. So. Hier ist wieder was fertig geworden. Hier nehmen wir mal runter. Inventar. Inventar. Die Kanne machen wir voll. Das ist noch beregnet. Moment. Wie viel Platz haben wir? Oh, Moment. Zweimal Kompost. Da können wir einen Baum pflanzen. Äh, zwei Bäume pflanzen. Welchen Baum machen wir jetzt weg? Weg. Ah, ich wollte euch nicht aufstöbern. Hier sieht mir noch so mickrig aus. Wollen wir den? Ja, komm. So. Inventar. So. Einmal hacken. Ein Bäumchen dahin. Hacken. Einer dahin. So. Wir beenden mal diese Folge. Ich sage tschüss. Ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.